Du musst dich dann festhalten. Tue ich mit beiden Händen. Landschuung! Gleich! Oh! Okay, komm, wir nehmen das Auto und fahren zur nächsten Lieferung. Wir schaffen diese Insel. Easy. Hast du meinen Hintern? Ja, hab ich. Nein, doch nicht. Ah, warte! Jetzt hab ich mich. Halt ich mich an. Hä? Jetzt halte ich mich an. Kennt ihr gerade? Mein Hintern weiß mein... Ich hab vier Pähnchen. Aua! Lass mich nicht los, Vibe. Komm schon lass mich nicht los. Wir müssen das Paket ausziehen. Ich sag mir, geht nicht. War wegfest. Okay, nächstes. Ich pups dich gleich in die U-Macht. Yay, Hubschrauber! Komm her, ich pups dich in die U-Macht. Du kannst fliegen, hast du mir eben bewiesen. Wenn du bei... Wenn ich da reinkomme... So. Nein. Das Paket. Und den Griff. Und steh außerhalb. Jetzt halte doch nicht das Paket. Ich versuch, ja. Du musst es doch steuern. Okay. Warte. Ähm... Ich hoffe, ich hab nicht das Paket mit beiden Händen. Doch, hab ich's. Aua. 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 Warte. Du solltest das Paket mitnehmen. BAM. Voll im... Soll ich dir sehen. Okay, ich ein Hals. Und dann was hab ich? Oh mein Gott, ich drehe die Kamera woanders hin. Ich halte mich an dir fest. Aha. Wohin, wohin? Dahinten. Ah, zum Grünen. Okay. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Komm. Wie gut, dass du nicht siehst! Was machst du da? Erwirkst du mich, oder was? Ich halte mich am Halsband fest! M-mhm... Also, ja. Das... Das sieht wirklich gut aus. Ich weiß. Ich kenn das! Guck ja! Ja, ich hab Augenbrauen freigeschaltet. Endlich Mimik. Die Kiste ist ohne... Wow! Wow! Was, 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 warum? Ich weiß nicht. Bin ich zu hoch geflogen? Geht das? Boah, das ist voll aufgrund. Okay, machen wir hier eine Mission, da vorne. Was, was ist da auf dem Dach? Oh. Komm da mit in das Nähe, das sieht wahrscheinlich nicht cool aus. Oh, wir sind da, wo wir angefangen haben. Yay. Oh ja. Wie schon im Rücken versenken Schiffe. Okay. BAM. Nimm das Paket und tauchst gegen die Ecke vom Lieferwagen. Das ist so authentisch. Nein, 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 warte. Ey. Wo ist eigentlich dein Teddy? Nein, warte doch, ich muss mich doch... Das ist doch alles nicht unser Ernst, oder? Komm doch nicht hoch. Na komm, spring doch. Ja. Du willst Pille. Warte, warte. Jetzt. Das sieht sich ja aus. Ich halte mich für dich. Das gibt's doch nicht. Das ist gut. Dein Fuß hängt ja irgendwie im Auto. Einfach... Boah. Ich bin in Oma gefallen. Ja, aber könntest du bitte das Paket mitnehmen? Nicht in Oma fallen. Ist doch nicht Mittag. Und du runter rein damit. Das war nicht richtig. Und rein damit. Viel Spaß noch, habe ein anderes Sonntagsabendsprogramm. Willst du in Beldi? Jo, mach's gut, wie geht da? Ist übrigens mein Bruder. Aber das wissen wahrscheinlich einige Zuschauer, denn... Mein erster GTA-Videos-Fun über seinen Account, was du machst. Soll ich da vorsichtig fahren, oder? Vielleicht ein bisschen. Das ist elektrobetrieben, das ist alles ja auch mit Boost. Warum? Oh ja, der Weg wollte ich auch noch. Guck mal, haben da Baumstämme runterrollt. Jetzt hast du verraten, dass du Verbandschaft hast. Machen wir diese Mission nicht schon? Tschüssi, Huruha, Boost. Bye, bye. Haben wir die Mission? Ich soll schon mal... Oh, ich hab was gesehen. Ich muss was tun. Lass mich aussteigen. Wenn du das Paket loslässt. Ja! Ich bin schon da drin. So gut. Stag ein, ich zeig dir was. Warte, ich halte mich fest. Ich hab extra in den Griff gelassen. Okay, sieht sicher aus. Okay. Kann ich den drückter öffnen. Hier ist ein Hebel dafür. Was war ich da? Was? Komm, ich zeig dir, dass ich Flugzeug fliegen kann. Kann ich da eigentlich rein? Nee, ich nicht, hab ich schon versucht. Geh da rein. Was? Ich zeig, dass ich Flugzeug fliegen kann. Halt dich fest, hier ist ein Griff. Wow. Ich bezweifle das. Ich bin mit dem Flugzeug zu dir auf den Berg gekommen. Ich bin nicht gelandet, aber ich hab den Start. Ja. Ich brauche jetzt gar nicht. Halt dich an meinem Popo fest. Okay. Okay? Ich hab irgendwas. Da, wo fliegen wir hin? Ich geb uns mal einen Flugfutter vor meinem Abend. Ich wünsche uns noch einen schönen Abend. Und wir machen es mal fremzüglich live und so. Ja. 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 Viel Spaß, viel Hunger und was treffst du. Ich flieg zum Zeppelin. Bis dann. Tschüss. Und geht alle mal bei das Strukt. Ja. Gucken. Die macht ganz tolle Sachen. Ich kann fliegen, komm. Ich geh zum Zeppelin rein irgendwie. Versuchen. Das sieht auf sich aus. Ich kann mich nicht mehr. Die sind bei fetten Mähschweilchen da. Wo ist jetzt der Zeppelin? Ich hab mir ein bisschen Angst, dass ich vielleicht unterfiege. Du musst dich dann festhalten. Tu ich mit beiden Händen. Land schon gleich. Lande in den Zeppelin! Oh. Gute Sekretär, die dabei ist. Was? Cool. Ha! Ich hab's geschafft. Ich bin nicht im Wasser gelandet. Sollen wir vielleicht mal einen Bereich abschließen? Oh! Was ist das? Nach der Bank. Kann man das festhalten? Ja! Warte. Pumpen oder was? Yes! Ich geh jetzt pumpen. Wenn ich das schaffe, um mit beiden zu greifen. Hallo! Was? Vielleicht ist es wirklich nicht hoch. Ich halte mein Hinterkopf fest. Guck mal. Ich glaube, ich fach mal ganz gut. Was? Guck mal. Ich halte mein Hinterkopf fest. Guck mal. Das war ich mal ganz gut. Ich halte die Antelbank fest. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oder so. Q und E! Q und E! Was machst du denn? Ich robb durch die Gegend. So. Was ist das da? Hinter dir! Guck mal, wer ist mir hinter dir? Sinnvoll und so. Die legen die Hand rein und machen das ganz schnell. Oh, ich geschafft die Hand rein. Du musst, äh... Gibt's hier so'n Hebel? Ja, ne, du musst an der Seite festhalten und wahrscheinlich drum rum laufen. Okay. Ich halt mich nicht fest! Das ist ungesund! Halt dich auch aus dem Fest! Nein! Hopp! Achso, dann. Ja! Wie cool! Das funktioniert ja rüber. Ja, und ganz zum Schluss ins Wasser. Wiii! Oh, okay. Oh, Entschuldigung! Ich hab dich da rausgezogen! Hau mich mal, Kacki! Was? Okay, ich, ich, ähm... Da! Viel Glück, da weiter hochzukommen! Langer Kling! Ach, wieder dahin! Yay! Und ich steuer! Ja? Ja! Aber das, was wir nicht schaffen! Mhm! Lass uns mal so fünf Pakete, die es hinter den Gipfel abliefern! Mhm! Spie! Das war Spie! Hahaha! Bist du im Wasser gelandet? Ungefähr! Ungefähr! Du, 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 du... Du, 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 du... Du, du, du... 1994 Kok? Komm her! Komm her! Komm her! Aaaaah! Mit dem, der das war schon mal. just.. Okay. Ich zuschneide. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber es wird schon einmal geschafft. Jetzt geht es nicht. Ganz langsam. Ich bin noch vorbei. Ich fand mal, dass er sich ein bisschen beruhigt. Es fliegt zu weit. Ja, gib ihm einfach nochmal Gas. Danke. Konzentrierter Lopo. Ja. Knapp dran vorbei! Gut. Jetzt konnte ich mir noch nicht hoch. Also, wie ist es nicht so einfach? Warte, 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 warte. Geschafft! Nice! Warte, warte, warte. Mach mal ganz schnell. Ganz schnell! Was war da freigeschaltet? Böse. Boah! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Mein nächster Versuch wäre gewesen, ob man hier hochlaufen kann. Aber nee, es war schon so, dass ich da auf einer Seite. Aha. Ja. Um. Ja. Also, es war schon mal. Ich habe keine Frage, woanders gehört. Also, wenn ich mir nicht in die Richtung kommt. Aber ich habe auch noch einen Tipp. Ich habe das Wort. ig, ich habe etwas eine Frage. Und wenn ich mich so einfachазwarte. Ich kann mich mal wiederholen.